Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Myra's Mask und mit wenn wieder mal... Immer noch. Ja. Wir sehen es nicht. Immer noch. Wenn er... Wird immer noch gezwungen hier zu bleiben. Ich werde dir überhaupt nicht gezwungen. Ich weiß. Ich zwinge dich gerade zu etwas. Zwinge mich zu spielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde mich aus. Boah, nein, der sieht cool aus. Finde ich. Felsenturm-Tempel habe ich es gerade gelesen. Ja, wir sind im Felsenturm-Tempel. Ja. Ich bin so gut, ich habe das sogar noch hinbekommen. Ah, nein, so. Au, 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 au. Ich habe den vergessen, wenn man den besiegt. So gehen alle Fledermäuse weg und so trefft ihr Fett. Nö, doch. So wenigstens. Der hat Fledermäuse als Schutzschild, das ist Tierquillerei. Tierquillerei. Ja. Nur leider rätst du auch eine riesige Maus. Tierquillerei? Trotzdem. Töten sollte man. Töten. Töten. Vernichten. Eliminieren sollte man den Bastard. Ja. Töten sollte man den Bastard. Ich bin stolz auf dich, Seedy. Und ich bin ganz am Herzen stolz auf dich. Scheiße. Keine Pfeile mehr. Du hast noch 28. 20. Okay, mit Pfeilen meine ich jetzt nicht solche Pfeile, sondern... Wer... Was für Pfeilen? Ich meine jetzt Pfeile mit Lichtpfeilen. Aha. Ja. Die sind so unfassbar wichtig. Ja, das ist ziemlich. Den duks i, ne? Ach, ist leck das wieder mal. Ach so. Ich drück den Ring gleich nicht auf. So, jetzt habe ich ihn nochmal gelöst. Jetzt bin ich fertig. Jetzt schaue ich dir. Jetzt bin ich voll konzentriert auf... Äh, Facebook. Ja, voll konzentriert auf Facebook. Ja, ja, ja. Kennst du Facebook? Kennst du? Ja, ich mach auf Facebook. Was ist Facebook? Oh mein Gott, ich hab Facebook, ja. Au! Hab ich geslogen. Oh, oh. Warte mal, warte mal. Da gibt's jetzt ne Dose mit Leib. Warte, warte. Awww. Hast du... Hast du gehört? Ja. Dose mit Leib. Ah, der sollte mal besiegt sein. Find ich auch. Mal kotzen der durch, ja? Schlaf! Nimm die Maske. Ist der blöde, Mann. Ein eigener Spieler, den ich spiele, ist blöde. Er ist besiegt. Guter Mann. Irgendwie kann man ihn besser besiegen, aber ich habe vergessen wie. Ist ja auch egal, war auch effektiv. Das ist ungefähr doppelt so lange gedauert. Das hat mich doppelt so lange hier gefangen gehalten. Aha. Du, was? Ich bin mit dir gefangen gehalten, nicht du bist mit mir. Also, wer hat mich hier gefragt? Also... Nur so. Okay. Und wir haben einen Master Key. Vor allem entgrenzt. Nein. Oh mein Gott. Das ist ein Schlüssel, den man immer am Ende von Dungeon bekommt, damit man zum Boss kommt. Also, das heißt ja, wir könnten zum Boss gehen. Geh zum Boss. Nö. Warum? Weil wir ja noch ein paar Feen abzugeben haben. Wie viele noch? Äh, noch nicht abzugeben, zu finden haben. Ja, wie viele noch? Ähm, wir haben 12 von 15. Okay, noch 3, das geht nicht lang, oder? Nö. Guter Mann. Vor allem, weil die Vorbereitung haben wir schon abgeschlossen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, 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 interessant. Nein, nicht. Nicht, nein, ja, ja. Was gibt's so eine Truhe? Ja. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich komme nicht mehr an der Ecke. Nein. Doch, was? Nein. Zu schnell. Bist du verstorben? Nein. Nö, nur runtergefallen. Na gut. Hab ich schon gedacht. Und daneben geschossen. Nun, treffe Roboter, richtig? Kannst du ihn nicht treffen? Kannst DU ihn nicht treffen? Doch, hab's gerade gemacht. Gute Hammer. Die Roben läuft gerade in Roboter Amok. Ja, und dort brauchen wir Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Und Bombe! Hast du noch eine Fege gefunden? Nein, das nicht. Finde doch die Fege, verdammt. Yo. Ich arbeite daran. So, jetzt bin ich hier. Oh nö. Das war der dümmste. Der dümmste aller dümmen. Aller dümmen? Ja. Ah, ich jetzt auch. Oh. Das war durchst du hier. Danke. Gern geschehen. Ähm, ja. Jetzt haben wir hier oben eine Truhe. Und das heißt, wir können sie öffnen, wenn wir die Welt wieder umdrehen. Schön, oder? Ja. Dann drehen wir mal die Welt um. Autsch. Du es, du es, du es. Nein, ich muss ja noch nicht umdrehen. Ich muss ja noch etwas vorbereiten, sonst soll das noch länger. Jetzt bist du ruhig. Ich bin ruhig. Nö, so ist du aber nicht. Ja, das ist ein Let's Play, nicht ein Let's Play, nicht ein Let's Play. Sei still und ich rede da nicht auch nicht. Da nicht auch nicht. Ja, macht's. Ich rede jetzt gar nicht mehr. Ich bin jetzt ruhig. Nein, das soll nicht ruhig sein. Okay, doch nicht. Okay, dann rede ich, dann musst du mich auch animieren zu reden, weißt du? Animieren nicht. Ich habe schon da mein Intro animiert. Das war ja. Äh. Okay, wieso? So, aktivieren wir hier trotzdem das. Okay. Genau das Teil. Die Sonne hier, die ist noch aktiviert. Äh. Okay, und jetzt haben wir die Sonne aktiviert. Daneben geschossen. Nun, die Sonne ist aktiviert. 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 Aber... Ist... Jetzt ist noch in Ruhe gemacht. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Jetzt bin ich gerade auf YouTube. Stell dir vor. Äh. Wo ist eigentlich der Star, wo ich hab gedacht, der ist zurück? Habe ich auch gedacht, aber irgendwie ist es sehr... Ruhig. Selten online wollte ich sagen. Ja, auch. Aber er hat jetzt zwei Tage nichts mehr hochgegangen. Gerade als er zurückkam, dann hat er mir... Also, haben wir Minecraft weiter gespielt, aber dann... Wurde es ruhig. Wurde es ruhig. So, wir müssen... Schau mir nicht, ich komm doch nicht hoch. Sonst dauert es noch länger. Jut. Jut? Was? 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 Wir müssen wissen, was für eine Antwort von dir kommt. Und ich hab sie gehört. Nö, wir kommen hier hoch, oder? What the hell? Sei ruhig, Sidi. Sei einfach ruhig. Ich möchte nicht mit dir reden. Ei, einfach... Und wir haben es genau, wir sind oben. Mal sehen, wenn jetzt hier durchgehen... Dann haben wir hier unseren guten Freund. Und der kann jetzt laserstrahlen schießen. What? Was hat gesagt, ich habe es akustisch nicht aufnehmen können. Unser guter Freund, die wieder hier und er kann laserstrahlen schießen. Ist das der Boss? Nö, der wäre ein bisschen wichtig. Ja, der. Hast du eigentlich schon einen Film gefunden? Oh. Film gefunden? Wir haben ja bald vorbereitet. Wir haben auch schnell die Film. Ja, wirklich schnell. Ja, sie machen auch 12 und 12. Ja. Wow. Und der wäre auch besiegt. Jetzt kriegen wir eine Kiste. Ich habe gespoilert. Für 30 Sekunden. Cool. Und das Tor geht auf. Denn ich will sehen, ob man dort irgendwas bekommt. Und hier bekommen wir noch etwas, was eigentlich sehr speziell ist. Denn in jedem Ganzen bekommt man sonst nur einen Pfeil. Also Pfeil, Feuerpfeil, Eispfeil. Nicht Pfeil. Was hast du jetzt bekommen? Die Maske der Giganten. Die Kraft eines Rieses flummert in dieser Maske. Finde würdige Gegner, um das zu benutzen. Ja. Und das kann man raten, für was man die Maske braucht. Okay. Cool. Also raten wir mal, für was man die Maske braucht. Ich weiß nicht. Du hast doch vorhin gesagt, es wird gebraucht, um ebenbürtige Gegner zu finden, oder? Was sind sie sowas? Um ebenbürtige Gegner zu vernichten. Ach, zu vernichten. Ja. Und raten wir mal welche. Ja, der Boss wahrscheinlich. Genau. Das habe ich nicht gespoilert. Du hast gespoilert. Ha. Ja, du hast mich angestiftet zu spoilern. Ja, und? Außerdem interessiert es mich ein wenig gar nicht. Ja. So, jetzt müssen wir es umdrehen und dann können wir uns die Läsen fehlen holen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ah, schneller. Hier haben wir zwei, die haben die bekommen, glaube ich. Und sonst per gehabt. Ja. Sprung und Sprung und dann waren sie das vier Block. Ja. Hallo, das dreht sich hier. Hallo, das dreht sich hier. Boah. Scheiße, man dreht dich nicht, ey! Ah okay. Mach es nicht, Wälder. Das hat das nicht gedreht. Oh cool. Wenn du mal sehen hast.. Also wir haben hier, dann noch eins, zwei... Eins, zwei, drei. Drei. Phäh. Da fehlt der eine. Ach nö! Was hast du wiederangestellt? was hast du wieder gestimmt mit uns konnte die Orte hier nochmals machen mehr weil die DOS zu holen also kommt dann bis die musikalische Unterstützung die Lala 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 Lorner Lala 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 Lolla Lala 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 L ens tigers ich schlafe FPS sie nur etwas Montage die davon Hopla meistens bei mein freund mein freund? ich habe viele freunde der hier ah oh boah nicht der der trommelfreak ja ja ich weiss auch nicht warum du den hässlich findest der hat sogar eine Kritte an um sich so schmuck oder um sich verschönern so schmuck und so ne ja so schmuck und so ne einfach so ne schmuck und so hey hey fixt du seh die an fixt du mich an das klingt ein bisschen pervers nein 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 ich weigere mich nein und sieh mal diese Statue an nein 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 ich seh sie mich nicht an nein ah ok doch ich hab sie ich habe mir sie angekont aha scheisse nein alter nein ich wollte gar nicht ein ja ja ok jetzt mal sehen wie viele von diesen zeugseln wir hier finden zuerst mal hier unten hat er eine kiste wo wo eine kiste mit der federn ja eine sehr gut dann haben wir zwei nein 13 ja es geht sogar auf kam es überraschend ja ich bin es überraschen wenn es aufgeht ich auch ist es aufgegangen ich habe gar nicht gesehen ich sehe nur die Asho immer ja ich habe noch nicht alle aber es sieht es aus so wie es aufgeht so jetzt muss ich hier glaube ich wieder ins Wasser denn hier ist irgendwo noch eine kiste entstanden und die ist glaube ich hier genau 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 ja dort Bibi 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 und dieser Teil hier sollte mich nicht nerven ok oh mein Gott ich versinke mich so ich habe nur noch 6 Stunden noch geht die Welt unter und das ist jetzt äh also 6 Minuten was 6 Minuten ja nach 6 Minuten muss es fertig sein ja kannst du richtig viel Zeit zurückbringen oder so doch aber dann muss ich den ganzen Tempel nochmals machen ah scheiße scheiße ja ein bisschen Zeit zu fangen äh ja was wenn du es was wenn du abkratzt also wenn du es nicht schaffst wenn ich nicht schaffst ich muss die Zeit kurz bevor ich spinne sonst bin ich tot game over game over für immer game over dann musst du neu laden ne dann ist so als ob du die Zeit zurückgespult hast einfach du hast das ganze Zeug das du vorher hattest also was du an dem Tag erreicht hast bekommst du nichts mehr ok also dann ist es noch blöder ok 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 ich hoffe für dich dass du es schaffst ich hoffe für mich dass du es schaffst ich hoffe für mich dass du es schaffst stimmt es wird noch spannend Sporne so dass von der Seport des ganzen Let's Plays echt jetzt ja und du schläfst bei Neuer ein stimmt nein du bist schon eingeschlafen ja ich rede mit dir einfach so äh ich ich Nachtrede einfach ja schlafredest ja genau schlafreden du ja genau das tue ich auf jeden Fall ja das tue ich hm ja ok gut ich könnte es vielleicht noch schaffen ich hoffe es für dich hoffe es für mich auch ich mag nicht mehr alles nochmal durchmachen nicht machen also ich meine so Kokonien ist nicht alles schaffe ich werde die Feen jetzt abgeben denn dann bekommen wir das schöne Gäste aber ob ich den Boss noch besiege also ich werde es versuchen dann tue es aber ob ich es schaffe das weiß ich nicht also zuerst mal zum Eingang zurück und die Feen abgeben So 2 2 2 2 1 2 2 ooooh Der Yashi will aufhören hab ich gerade mitbekommen Der Yashi will aufhören ja warum weil er gehackt wurde oh dann müssen wir da wo mit ihm reden haha ok der war vielleicht ein bisschen gemeint So, jetzt schnell zurück, die Fähne abgeben. Spiel, 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 der Papa mehr spiel. Ich hoffe, dass die ersten Minuten dauert der Part zwar nicht, weil die Zeit die ganze Zeit angehalten wird, wenn ich etwas mache, Abfluch. So ist es mir nicht schön. Blablablabla. Seh die, halt die Fresse. Du musst dich jetzt konzentrieren. Ja, wenn ich warten muss, muss ich dich nicht groß konzentrieren. Oh, und es kommt schon die Musik, dass die Welt untergeht. Ja, du schaffst das jetzt doch, oder? Hast du alle Fähne eigentlich? Ja, alle Fähne haben wir. Gut, dann geht es gleich ab. So, es ist nicht genug. Ja, hier Fähne abgeben. Also die Fähne habe abgegeben. Ja, mach es mir unnötig spannend. Na ja, im Himmel ist hier keine Zeit. Und jetzt bekommen wir das steckste Schwert. Was ist der... Oh, ich habe gedacht, das Fähnenschwert. Ja. Boah, das sieht schwul aus. Was ich meine, hier so, dass das Icon so... Das Icon, ja gut. Hallo, das ist, äh, 19... Das sieht aus, wie so ein Hippischwert. So, weißt du, so, wie so ein Kifferschwert halt. Na ja. Also gut, ich habe fünf Minuten Zeit, um den Boss zu besiegen. Ja, das ist kein Problem, oder? Du hast einfach immer schön die Zeit und noch in den Augenbehalt, an den ich will doch sehen. Mach ich, mach ich, mach ich. Ich muss vorher noch das Beenden. Denn sonst muss ich alles nochmals machen. Na ja. Es ist mir zu spannend. Ist das der Boss? Nein, ich muss zuerst noch zum Boss hingehen. Ja, dann tue es. Ist das der Richtige, oder was ist der Richtige? Boah, du bist ja der hässliche Fettsäger. Ja, ich weiß. Das ist, weil der da ist, der sich am schnellsten bewegen kann. Auch wenn er einen Fettsäger kriegt, der kann sich schnell bewegen. Ah, das ist also der Boss? Nein. Doch, das ist jetzt lustig. Boah. Das kann ich nicht benutzen. Warum nicht? Warum kannst du es nicht benutzen? Weil ich dort etwas anderes benutzen muss. Und die Welt dreht sich wiederum. Und wir stürzen. Und wir stürzen. Und jetzt brauche ich irgendwo, wo ich mit Energieloch laden kann. Ich brauche noch 5 Minuten. Ich brauche noch 5 Minuten. 5 Minuten der Verzweiflung. Ich brauche viel Energie. Ich brauche viel Energie. Und wenn sie schon mal aufrüsten, die Maßredichtung brauchen. Weißt du was? Ich bin schnell für ein paar Sekunden weg. ist gut so wenn du länger als fünf Minuten hast ich bin dann schon vorbei Nein, bin ich nicht, ich bin gleich da ja, gut jetzt wurden wir alleine gelassen, wir haben noch fünf Minuten oder fünf Sekunden und der Part auch schon 20 Minuten was nicht so angenehm ist okay, kann ich mich hier glaube ich noch mit Energie vollpumpen bitte ja, gut, Energie vollgepumpt komm schon komm schon gut, gut, gut wenn ich hier durchrenne immerhin muss ich mich nicht mehr versiegen schnell schnell so okay, das war ein Fail okay, sagen wir jetzt nicht, dass... okay, wie hat das funktioniert? ich habe es vergessen ich weiß nicht, dass die Ruhe doch, muss ich ah, so so gut so ja gut, es müsste Sven mal kommen denn hier sind wir im Endboss, ah, ich warte mal auf ihn, denn hier geht keine Zeit vorbei okay können wir mal hier das Büro ein bisschen anschauen hier diesen Leuten noch müssen wir helfen, aber bekommen wir so auch ich glaube, wenn das heißt, so ein Teil am Schluss, dann heißt es, es ist nicht alles gemacht die Auszeitung ist, glaube ich so, so, ich bin wieder da, aber was habe ich noch? nicht, denn wir sind gerade vor dem Busraum und Busraum ja gut, hast du jetzt extra auf mich gewarscht? ja finde ich nett finde ich nett aber die Zeit gehe nicht vor bei mir im Menü bin und ja, das ist der Bus jetzt kannst du sagen, dass er hässlich ist wir sind zwei, genau wir sind zwei, genau jetzt benutzen wir die Macht für den Gott ja, jetzt benutzen wir so, jetzt mach, mach diesen scheiss Boss fertig boah wir sind größer als ich erwartet hatte aber, sieh mal wie gross ich bin nein I'm a fire in my laser genau das ist jetzt schwer okay gut komm schon, mach es alle ich mache, ich baue die Stimme auf mach mich fett, mach mich fett ja ja, es ist seine Zeit boah, ist der, der Typ hässlich er hat auch eine Maske ja boah warum haben die alle Masken? ist das so das heisst ja auch Marioas Maske falls hier ganz viele Masken geht okay, okay, okay mit der Zeit müsste das eigentlich funktionieren okay die Steuerungsmakkel könnte es noch besser sein okay, einer ist weg gut, gut, gut und wieviel noch? noch vier Minuten glaube ich nein, ich meine, einer ist weg einer ist weg einer ist übrig ah, okay es ist nicht so zwei weg, tausende übrig ja kommt dir bekannt vor, oder? ja von irgendwo ah, warte, 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 warte warte, warte, warte warte, warte warte, warte warte, warte das ist doch bei warte, warte, warte warte, warte das war Battlefield ja naja, genau, stimmt aber ich hab' ich spiele nach englisch und sagte sowas wie one down, a thousand portico nach vier Minuten, das schaffst du locker das Problem ist, meine Energie ist bei neu leeren das ist total, scheiße, wenn du in ähm, ohne Energie kann ich die Maske nicht mehr benutzen dann kannst du dich nicht mehr verletzen aber, ist weg Okay, besiegt. Fertig, Zeit zu haben. Bist du fertig? So, der Boss ist besiegt, ja. Gut, Hammer. Er explodiert gerade. Na klar, dieser Boss muss auch explodieren. Es müssen alle explodieren in Nintendo. Wo ist das Hauptteil? Dort ist das Hauptteil. Ach, und jetzt werden wir wieder klein. NINTENDO! Wir sind unter. Treibsan oder sowas ist das, keine Ahnung. Und wir haben neuen Herzcontainer. Was, was, was hast du? Herzcontainer. Und jetzt? Hey, wir haben keine Zeit! Bis jetzt. Bist du fertig jetzt? Tada! Zwinmolz Vernächtnis ist auf dich rübergegangen. Der reine Geist, den die Maske in den Körper in Zwinmolz gefangen hielt, ist wieder frei. Dir gebührt Dank für seine Rettung. Tschin, 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 tschin. Wieso ist das fertig? Nicht ganz fertig, aber der Tempel ist fertig, ja. Ja, eben, aber du brauchst mich ja nur noch für den Tempel. Ja, aber es muss noch die Schlusszeit-Frenzen so rauskommen. Ist doch klar. Okay, okay. Und zwar Blue Blasenland. Blue Blasen. Blue Blasen. Blue Blasen. Blue Blasen. Und zwar mit den anderen. Mehr können wir nicht tun. Ja, stimmt. Mehr können wir nicht. Jetzt muss durchreden. Bostmolz, was? Ruf... und... uns. Das haben sie gesagt. Das haben sie gesagt. Das haben sie gesagt. Ja, bei mir ist es so ein bisschen wie nach... Wir verstehen euch auch ohne euch mit den Ohren zu hören. Nun helft ihr uns. Wir werden euch vom Dach des und Urturms rufen. Kommt und verhindert das Schlimmste. Das Schlimmste ist in vier Minuten. Wie ihre Stimme klingt, traurig. Wir wollen... Ihr wollt nicht? Schauen die Rohrn. Oh, das ist jetzt der ganzen Schluss, Boss. Nein, das ist jetzt unser Kollege. Die müssen wir reden. Das sind vielen ganzen. Ah. Ver... Das muss ich zu reden. Muss ich gar nicht. Ja, das ist ja. Ver... Geh... Pft... E... U... R... 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 E... U... N... D. Vergebt eurem Freund. Ah, siehst du. Unserem Freund vergeben. Wem sollen wir vergeben? Was... Was sollen wir vergeben? Ja. Das wird sich an wie Kolumb, so. Wem sollen wir vergeben, mein Schatz? Naja, ohne es ist der Zauber von diesem Land weg. Nur... Wäre das nur für ca. 3 Minuten so. Schi, hier, das ist der Zauber von dem Land. Zauber von dem Land, wo? Ja, das Land ist verflucht. Alles Untote und so. Mhm. Scheiße. Ja, aber jetzt eben nicht mehr. Und das ist für 3 Minuten so der Fall. Aber ich habe gedacht, du bist 3 Minuten zu früh. Also einfach 3 Minuten hättest du noch Zeit gehabt. Ja. Und jetzt geht die Welt trotzdem unter... Nein. Ich weiss, ich weiss. Es ist alles im... Es sieht gerade wie ein Weltuntergang aus, verstehst du? Der Weltuntergang sieht aus wie eine Explosion. Hier ist das so, weil der Mond auf die Erde abstürzt. Ja. Ja. Das ist der finstere Plan des Endbosses. Und zwar, sieh hier, der Mond. Cool. Wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Oh mein Gott. Ach da! Der Mond! Ich sehe nur das Geläge. Ah, hallo Mond. Das ist ziemlich nah. Ja, eben. Und wir hätten noch... 4 Minuten. Um was zu tun? Ähm... Um die Zeit zu speichern. Um die 4 Minuten erreichen. Kannst du... Ja, aber das ist schon ein endlanger Part. Du musst ihn ja langsam beenden. Ja, das ist auch ein Ende. Ah. Und hier ist es aber schwer. Bin ich jetzt nicht lassen? Ja, da kannst du mal mit dem Abschied beginnen. Wir haben noch 10 Minuten für den Abschied. Darf ich mit dem Abschied? Darf ich mit dem Abschied? Ja, okay. Ja, das war's mit dem 5 Parts. Bei dir, ich nehme ich dabei, war. Äh, ja. War cool. Jetzt pfeift der Wixer wieder. Ja, muss ich sein ja wieder zurückstellen. Weitere. Du kannst ihn noch weiterfahren. Fog mit weiter. Äh, ja, das... Okay. Ich bin eigentlich fertig. Du bist schon fertig. Ja, ich bin eigentlich fertig. Ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt fertig. Playa auch wer den auf die Saison auf jeden Ort sehr gut sehr gut Werbung Werbung auch gar nicht auch gar nicht ja wir sind zwei nächstes Mal wenn ich wieder mal 415 476 Boah ich kann es aus ja ist doch schön oder ja und dann sage ich auch Danke dass du dabei warst und mich sie sich psychisch unterfüßt was in der letzten Zeit also im Schluss vor allem wo ich da ziemlich knapp dran fahre und so und jetzt seht ihr erster Tag ist doch auch schönes ah sehr schön ok dann sage ich hier Ciao Leute und bis zum nächsten Mal Peace